Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Ich bin gerade hier mit dem Fahrrad unterwegs. Könnt ihr gucken? Hier mit dem Fahrrad unterwegs. Aber eigentlich will ich heute kein Fahrrad fahren, denn was ich wirklich vorhabe, das erzähle ich euch nach dem Intro. Ich bin jetzt nämlich mit dem Fahrrad einfach mal so ein bisschen ins Geräusch gefahren, wie man so schön sagt und habe mich mal warm gefahren und ich will jetzt eigentlich die App vom Rosario Battaglia abarbeiten. Der hat mir nämlich noch ein paar Aufgaben gestellt, die ich heute zu bewerkstelligen habe und eigentlich war das Fahrradfahren nur ein kleines Warmfahren und der Rest, der kommt jetzt. Und die App, die blende ich euch jetzt hier ein. Achtung, hier kommt die App und das werde ich jetzt gleich alles durchführen. Das wird nicht so einfach, aber ich mache das. Da war's! Da war's! Oh, ich mache das. Das wird nicht so einfach, wie wir Dir hier in der Süße. Danach, da wir uns immer mehr Based on den Mini-01-2010-2010. Da war's! Da war's! Da war's! Da war's! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin hier mitten im Geräusch und labert mir selbst auch geil Ach komm Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich sag dir Rosario Du machst mich fertig Du machst mich fertig Aber geil Geil fertig Mano, mano Dibliothek, durch das ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Geile App, spornt einen richtig an Mach ich auf jeden Fall noch weiter Aber jetzt erstmal aufs Rad Und ein bisschen Ausspannen auf dem Rad So, jetzt bin ich auf dem Fahrrad Auf dem Weg nach Hause Hab Rosarius Aufgaben alle erfüllt Das hat mich zwar Wirklich die letzte Kraft gekostet Aber Ich hab jetzt dorcht wie ein Pferd Und jetzt rolle ich einfach nur mit dem Fahrrad Gehen heim Das ist so geil Ja, wir sehen uns beim nächsten Sportvlog Cheerio, Miss Sophie Huuh Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Vielen Dank.